Also wir sind jetzt in Gribin angekommen. Wir waren vorher noch auf der Prinzeninsel in Plön und machen jetzt eben einen Zwischenstopp hier und essen hier auch unseren Mittag. Wir sind mit Ruth und Wolfgang mitgefahren. Die haben uns jetzt zu sich nach Hause genommen. Ruth kocht jetzt gerade eine Tomatensuppe für uns, eine frische, also aus frischen Tomaten. Und ja, wir bekommen hier unser Mittagessen und freuen uns dann auf unsere Weiterfahrt und hoffentlich auf unseren Sieg.